Willkommen zurück zu 9th Dawn, wieder mit den überkrassen Jungs, meine Boys, oder wie auch immer ihr uns nennen wollt, ist uns eigentlich egal, aber dankt uns Bescheid. Oh nee, jetzt rastisch aus. Du kannst nur sagen, was wir gemacht haben und was wir jetzt machen. Okay, also wir haben zuletzt das Wolfsfell geholt, die ganzen Hunde gekillt und halt die Fette von den 20 Stück insgesamt, das haben wir auch offscreen zum Teil gemacht und wir waren unten an diesem Schwert, das war doch einer unserer letzten Quests und das wollen wir jetzt erstmal abgeben. Nachdem Legendario das Ganze abgegeben hat, weil bei mir bringt es nicht ganz so viel, weil wir ja Multiplayer spielen und nur der Host, in diesem Fall Legendario, kann die Quests abgeben und mit diesen Leuten reden, was ich auch ganz toll finde übrigens. Genau, ist ja ganz sinnvoll, wenn man dann hier in Let's Play machen, was ich hier aufnehme. So, wir geben die 20 Wolfsfellse bei Chiffan ab. Chiffan, heißt das, okay? So, wir kriegen dafür 1000... Hat es funktioniert? So. Hast du jetzt was bekommen? Normal müssten wir 1000 Silber gekriegt haben. Ich hab gar nichts gekriegt. Okay. Mein 1000 Silber juckten mich jetzt nicht unbedingt die Bohne, aber das geht hier um Betrug. So, mal zeig den an. Ich fick dich. Bam, ich hau dem ins Gesicht. Chiffan. Okay. Hat uns anscheinend nichts gebracht, aber ist okay. Wir haben die auf jeden Fall abgegeben. Ja, aber wir haben sie abgegeben. Das ist schon mal schön. Dann gehen wir jetzt zu Boss dein. Wegen dem Ring. Wir haben ihn ja gefunden. Sein Ehring. Warum heißt der nicht dein Boss, Junge? Was ist das lame? Was ist das lame, Alter? Ah, wir können was aussuchen. So. Eine neue Waffe für mich. HP... Heil Potions 20 Stück und eine Falle. Jetzt weiß ich nicht, ob das... Der Stab ist, den ich schon habe. Es steht halt nie dabei, wie stark der ist. Oder steht's dabei, Nigel? Ähm... Wenn du willst... Health Potions brauche ich nicht, weil... Baum Potions eigentlich auch nicht unbedingt. Sicher, das sind halt 20 Potions. Ah, scheiße. Und das sind große. Ähm... Ich nehme den Zauberstab. Ne, warte mal. Ich glaube, das ist sogar der, den ich habe. Wenn ich es richtig sehe, ist es derselbe. Du kannst erst mal nachgucken, oder? Achso, warte mal. Ich kann unten auf die Seite later... Okay, ich habe... Ja, ich habe... Warte mal. Ich habe Ash Stuff und bekommen würde ich Ash Wand. Okay, warte mal. Ich habe den Sterne. Oh, nee. Ich nehme den. Nimm du die Heiltränke. Du bist eh Tank. Okay. Ich denke da eh nicht dran, aber ich habe sie jetzt genommen. Oh Gott, der Stab ist viel schwächer. 38. Was heilen die Tränke? Ähm, 1440. Ja, doppelt so viel. Und mein Stab ist halb so stark. Gut. Ich kann ja versuchen... Nee, kann ich ein paar von denen trocken lassen? Nee, gell? Nicht wirklich. Nö, lass einfach. Ist egal, nimm die. Nimm die. Okay, lass einfach alles fallen. Ich glaube einfach... Oh mein Gott. Meine Rüstung habe ich fallen lassen, Junge. Nice. Okay, wir sind fertig. Wir geben für 130 Amor. Ja, dann lass mal weiterlaufen. Wir haben jetzt genug Zeit gewastet. Okay, Leute. Wir gucken jetzt einfach mal. Genau. Du hast noch eine Höhle entdeckt, nämlich hast du gesagt. Ja, offscreen. Leider, als ich die Wölfe gesucht habe, habe ich eine Höhle entdeckt. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben auch noch eine Höhle entdeckt gehabt. Ja, ich bin ja dir. So, dann haben wir jetzt wieder Dungeon, Action. Wir haben jetzt auch den Greifarm, wie alle wissen. Ja, Mann, Alter. Endlich mal. Das heißt, ja. Wir hatten ja schon mal eine Höhle, bei der wir den Greifarm brauchen konnten, aber wir wissen gerade leider nicht mehr, welche Höhle das gewesen ist. Ja. Deswegen mussten wir die... Hier, meinst du die da? Hier war was? Okay. Aber die hatten wir doch. Aber die meine ich jetzt gerade nicht. Genau, weil die haben wir ja gemacht. Genau, die haben wir ja gemacht. Dann lass uns aber rausgehen. Okay, du meinst noch eine andere? Ja, genau. Geh doch ein bisschen weiter im Osten. Okay, nee, dann habe ich die anscheinend verpennt. Okay. Dann brauchen wir ja nicht killen. Bist du schon draußen? Ja, ja. Läufst du? Läufst du nicht? Nein. Ich bin vor dir. Ich seh dich mal wieder. Nicht. Nach oben laufen? Nein, da war die Stadt. Nee, da ist die Stadt, genau. Das seh die. Kratzer, Wand, Followen, Alter. Ja, bin auf dem Weg. Wie gesagt, ich bin vor dir. Also ist nicht schlimm. Also im Multiplayer-Modus habe ich rausgefunden, ist es so. Ich als Gast sehe ich jetzt den Host, in dem Fall Legenderio. Nicht jedes Mal, wenn wir ja irgendwie im Ladebildschirm gewesen sind. Aber wenn ich dann irgendwo runterfalle oder sowas, dann sehe ich ihn wieder. Warte, meinst du hier bei den Skiletten? Kleiner Tipp, Alter. Ja, genau. Ich seh jetzt deine Schüsse mal wieder, ne? Also geben an sich ganz gut EP. Das ist schon mal schön. Ja, das ist schon mal ganz gut. 300, 400. Okay. Ich hab es leider noch nicht gefunden, wo wir unsere EP zum nächsten Level einsehen können, ne? Ah, die meinst du? Die Hülle hier? Ja, genau. Äh, you have discovered Rusten Crypt. Genau. Rusten Crypt. Holy shit. Also hier ist zu... Jetzt sehe ich dich wieder, übrigens, ne? Und da ist nichts. Okay, ne, hier drüben haben wir nichts. Ja, dann lassen wir nach rechts. Ja, ich follow dir, Junge. Junge. Oh Gott. Junge. Ich follow dir. Äh, oben oder unten? Du entscheidest. Ähm, oben. Ich entscheide... Warum entscheide ich, Junge? Normalerweise machst du sowas. Ich muss erstmal hier bashen, Alter. Gebashed hab ich die... Ich hab Bones, ein Gesamt, Bones, Alter. Okay, ist gut schaden, sehe ich gerade. 446, okay, 508. Was kann der Kleine? Oh, ohne Beine so. Der kann 91... Ich wollte gerade wieder deinen Helfer schlagen. Ja. Oh, was ist das? Oh, ich glaube, das ist ein Stab gewesen. Bewitched Bone. Nö, ist ein... Ah, okay, hier geht's weiter. Erst runter, oder? Also hier runterlaufen, zurück, oder? Wir können doch erstmal hier runterlaufen, die Kappen. Okay. Weil oft ist es ja so, dass sie nur so einen Schalter finden, und er wieder hoch müssen. BAM. Ein Krypt-Ding, Alter. So, das dürfte zu sein. Ja. Ja, nice. Brauchen Schalter. Ein Switch. Okay. Ich verstehe nicht. Wenn jetzt sowas kommt, und wegen, ja, die Tür ist geschlossen, es braucht einen Schluss... äh, ähm, 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 Schalter zum Aktivieren. Äh. Und ich dann A tritt, Digga. Das war unruhig. Das war unruhig. Ja. Geht nix. Ich weiß mir auch nicht. Das Ding kratzt wieder auf, Alter. Äh, Achtung, gell. Wow, wow, wow. Ja, ja, deswegen. So wie ein Ghost, Mann. Okay, aber der hat 728 Pp gegeben. Oh, mein Digger. Ja, was machst du? Ja, sorry, dass da nix war. Ja, äh, der war ein Gegner. Ja, ein paar Gegner. Ja, wow, ich sag's dir noch, Achtung. Die haben halt easy killen können, Alter. Oh, Digga. Ja, kein Problem, lauf einfach weiter. Du schaffst ja easy alles. Ja, ich... Ne, ich warte lieber. Weil das war ein bisschen arg heavy. Dann kannst du ja schon mal hochgehen rein, so wirklich. Und runterlaufen? Ja, okay, das klingt fair. Und zu gucken, was dort ist, um nicht ganz so viel Zeit zu wasten, was ich meine. Mann, du Depp. Das ist so ein... Ich sag's dir in Rastung, Digga. Ey, die geben mir mal... Ey, guck dir mal auf meine HP, weißt du? Und die macht nicht so viel Schaden. Ja. Gut, dass es ein neues Gebiet war und die Gegner ihr 1000 EP gegeben. Was? Ja, weil du alleine bist, Digga. Ja, trotzdem. So, ich glaube jetzt unten entlang. Relativ safe. Kein Problem, aber... Ja, ich bin halt wieder der Jolo-Jolo, äh... Gott. Und war gar nichts? Nein, war nur ein Weg. Okay. Ist ne Sackgasse. At least, ich bin gleich wieder in der Höhle drin. Schön. Bis für mich das unten ist und ich bin gleich wieder da. Also alleine geben die Gegner richtig gut EP. Die geben echt 800 bis 1000. Das ist so gut. Das heißt, wenn wir mal ein Level müssten, dann sorgt mir... ...Alleine, oder? Ja, aber müssen wir ja nicht. Bis jetzt. Na, die Gegner sind ja da. Ähm. Dann kann ich schon mal gucken, was war es in meinen nächsten Skills, die ich machen will. Ja, klar. Ich bin ja gleich da. Mit deinem Heilkreis Support... Also Geweisheit 60, das ist mein nächstes Level ab. Und Support-Magie brauche ich 35. Und 30, bin ich 32. Dann spammen wir das doch mal. Warte, dann mach ich es immer so. Sobald du da bist, mach ich Regenerationsdinger, weil es bleibt auch, wenn wir full life sind. Ja, nice. Ich glaube für 49 Tics oder sowas hier war es für 2% unseres Maximallebens. Mhm. Mach ich mal gelesen. Da bist du. Ja, klar. So, reck es an. Nice. Ich seh es. At least, ich seh es. Das ist immer gut. Siehst du mich? Auch? Ja, klar. Sehr gut. Ich seh auch deinen Helfer mit so 2 Bohnen überm Kopf. Ah, okay. So, die Tür geht auf, indem wir die Lichter hier anscheinend aktivieren an der Seite. Das ist mal was Neues. Okay, das ist gut, ja. Das müssen wir uns auch merken. Da unten ist... Ne, der Mate ist nicht mehr da. Nein, Alter. Waiting for server response. Please wait. Nein. Warum jedes verfickte war, wenn wir Multiplayer spielen, Mann. Wollen wir am Anfang nur und dann wieder irgendwie 2 Stunden lang gar nicht. Oh mein Gott. Ich hab gleich das Spiel geschlossen, weil wir Mafal... Bis erst hab ich es so kennengelernt. Wenn das kommt... Von wegen... Ja, warte auf server response. Dann funktioniert einfach gar nichts mehr. So ungefähr gefühlte 10 Minuten lang. Deswegen gehe ich gleich meinen Taskmanager an und beende Steam komplett. Oh, ist das schon sehr nervig. Wenn es funktioniert. Ich hasse es. Es ist übelst nervig, Mann. Und ich weiß einfach nicht, woran es liegen könnte. Und das ist das nervigste. Ja. Ist ein bisschen blöd gemacht vom Game. Nein, die Tür geht auf, wenn wir hinlaufen. Okay. Jetzt weiß ich ja nicht, wenn ich durchgehe, ob die Tür dann... Ach, das ist eine Lichtschranke. Okay, das heißt, du läufst dran und das Ding geht auf. Nö, ich lauf durch. Also ich brauche nicht mal an die Lichter dranlaufen, sondern ich lauf durch. Wie so eine typische Lichtschranke und dann geht's auf. Auch gut, okay. Das heißt, wenn ich jetzt durchlaufe, bin ich halt verloren. Deswegen mache ich es nicht. Dann wärst du wirklich lost, Alter. Mein Steam lässt sich natürlich gerade nicht schließen. Ich habe einfach keine Ahnung warum. Ich könnte versuchen, durchzugehen, aber... Ah, nee, alleine. Ja, alleine ist halt wirklich ein bisschen kacke, ne? Ich versuche gerade wirklich alles Mögliche, um diese Spiele neu zu starten. Ich bin halt jetzt kein Computer-Experte, dass ich weiß, okay, das und das funktioniert auf jeden Fall. Sondern ich versuche halt einfach. Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber was ist das? Das ist random. Das kommt... Das Spiel hängt einfach komplett auf dem Steam auf. Ich habe mein Steam-Fernstattung mit meinen ganzen... Das ist das Problem bei Early Access Games. Einfach, dass die noch so richtig unsauber sind. Aber das Spiel haben wir schon so lange und zocken so lange, dass es eigentlich schon wieder halb unverschämt ist, dass das nicht geht. Das müsste... Das Problem müsste mittlerweile bekannt sein. Ja, längst, ja. Ja, eben. Ich meine, wir spielen jetzt auch nicht durchgängig und haben ungefähr neun Stunden Spielzeit. Hm. Das ist ja auch nicht gerade so wenig. Ah, jo. Die erste Folge ist schon wieder fast vorbei. Ja, ich glaube, wir... Wir haben nichts gemacht. Die Matrizen, alter... Game wieder gestartet? Also, look, startet's, oder? Geht gar nix. Steam hat sich komplett aufgehangen, mal wieder. Dann ist ja fast sinnvoll, die Aufnahmen einfach mal zu beenden, weil... Selbst wenn du jetzt reinkommst, würdest... auf jeden Fall passieren, äh, pausieren und dann, ähm, ja. Ja, nee, dann beenden wir die Folge ganz. Ist ein bisschen blöd. Äh, ja, Leute. Technische Schwierigkeiten, aber eher vom Game, weniger von... von unserer Seite. Von uns selbst, so. Von dem her, ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie bitte unten in die Kommentare. Oh ja, das war so nett. Aber wir kommen auf jeden Fall nicht weiter, weil das hängt sich ja wirklich regelmäßig auf, dieses Spiel. Komplett Steam ist einfach komplett abgeschmiert. Ich kann gar nix machen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann bitte helft uns. Wir sind sehr dankbar dafür. Und dann kommen auch wirklich regelmäßig Ja, wie soll ich sagen? Videos von Let's Play und so. Dann, äh, benden wir mal. Ich hab's nochmal Level-Up gemacht. Ja, nice. Weil Gegner ja nachgespawnt sind. Ja, mach doch, Alter. Dann erst mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ja, beim nächsten Mal werden wir hier zu zweit bis zum Distanzschmerkunden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Haut rein!